Musik Es ist das erste Mal, wo ich jetzt hier die Live-Übertragung schaue und es ist total cool. Ja, voll schön, tolle Musik und ein toller Dirigent, ein tolles Orchester natürlich und da freue ich mich voll. Man hat die Natur um sich, die Berge, der See, also es ist wirklich super schön. Ich bin hier, um diese extrem feine Musik zu genießen. Die Übertragung ist gut, die Atmosere ist gut. Es ist ergreifend und ich war auch so richtig abgetaucht. Also es hat wirklich Spaß gemacht. Musik 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 Musik